Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Ja, immer noch alleine leider. Hier ist direkt ein Generator, ich weiß nicht, ob ich den direkt machen möchte. Wir sind auf dem Macmillan anwesend, glaube ich. Ich gehe mal erstmal auf den Berg, schaffe mir eine Übersicht. Ja, ich kann bis jetzt leider noch nicht sagen, wer es ist. Ich habe noch keine Falle gesehen, keine Boxen. Generell noch kein Killer. Ist das eine Box? Ist ein Generator, okay. Ist sehr ruhig. Ist normalerweise nicht so. Okay, ne Laurie. Oh Gott, Laurel sagen. Okay, wo? Da. Es ist der Geist. Okay. Geistl... Ich gehe mal in die Nähe. So, Vorsichtshalber. Wenn du jetzt umgeklatscht wirst. Dann Happy Birthday. Bitteschön. Safe Jar. Ja. Hi. Fuck. Hätte funktionieren können. Oh, ich laufe direkt hier so hin. Ähm. Ich bin jetzt mal ein Arsch. Mach den. Ersteck mich jetzt hier. Ich kann mich nämlich selber heilen. Und dann, äh... Ja. Oh, voll gut, dass es so gut funktioniert hat. Ich der Taschenlampen-Pro. So, ich komme mal mit dir mit, Dwight. Wann wird jemand geheilt? Der Geist kommt. Würden Sie bitte ein bisschen aufpassen? Okay, run. Ich glaube, er hasst mich. Er hasst mich 100 pro. Aber der ist jetzt auf jeden Fall, äh... Hat der jetzt Struggle. Ich heile mich mal hier oben. Ja. Aber der Geist, der hasst mich auf alle Fälle, denke ich mal. Und ich glaube, alle Leute, die gut spielen, die hassen sich auch gerade an den Kopf und denken sich, ach du Scheiße. Was zur Hölle machst du da? Okay. Ich mach mal. Ein bisschen Generator, ähm... Müssen wir jetzt auch machen. Ansonsten kommen wir ja auch nicht voran, ne? Ist ja auch nichts. Aber wenigstens, äh... Der Killer ist ganz angenehm. Läuft ein bisschen durch die Gegend. Hat, glaube ich, den Sinn vom Unsichtbarkeitsmodus des Geistes nichts mitbekommen. Oder hat zumindest nicht verstanden, wie man den benutzt. Aber, ähm... Hab ich auch nicht gemacht, dass ich Geist gespielt hab. Ich bin da auch einfach... Und hab alles geschlagen, was mir entgegengekommen ist. Okay, der Generator ist dann gleich auch ran. Oh, 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 oh. Lori. Lori, komm her. Warte mal. Oh, Scheiße. Lori, lauf. Ah, ha, 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 ha. Fuck this. Also, hinter mir ist er jetzt nicht unbedingt richtig her. Ich glaube, der... ...bekommt mich auch nicht so richtig. Also, ich glaube, der verfolgt mich gar nicht. Ich glaube, er will einfach sie haben, weil sie das Opfer ist. Das kann durchaus sein. Ach, Selbstheilung ist so ein geiler Perk. Ich wurde jetzt schon bis jetzt... Ich wurde jetzt so oft... ...schon... ...geschlagen. ...komme, Lori. Er kämmt ja einfach eiskalt face-to-face. Was soll das denn? Nein, scheiße, was habe ich gemacht? Ey, das ist unfair. Was soll denn das? Das habe ich losgelassen. Das ist doch voll dumm. Du, halt. Ich glaube, das... ...ist... Ja, du kannst mich da nicht aufhängen, du Trottel. Vielleicht komme ich frei. Ich denke eher nicht. Oh, doch. Okay, ich laufe mal in die Richtung. Okay, ich bin doch frei. Das Spiel hat sich doch noch nicht... ...ganz gegen mich verschworen. Ja, jetzt nochmal schön heilen. Der Baum kam ja echt gelegen, muss man ja ganz ehrlich sagen an der Stelle. Wo bist du denn? Ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Ich würde gerne echt wissen, wo der Dwight hin ist. Weil zusammen können wir einen Generator viel, viel schneller zu Ende machen. Okay. Ja. Okay, der Dwight hat da hinten verkackt. Da kommt auf jeden Fall der Geist auch hin. Ja, okay. Er wurde erwischt. Ich habe leider keine Taschenlampe mehr. Der Geist. Der Geist. So. Oh, ich hab die Luche gefunden. Also wenn was ist, ich werde nicht sterben. Also hoffe ich. Ist ja auch ein bisschen gemein. Ich hoffe eigentlich gerade ins Geheimnis, dass der Dwight stirbt. Ja, Dwight wirst, glaube ich, wohl sterben müssen. Es tut mir sehr leid. Der campt nämlich. Oh, I'm really sorry, Dwight. Wenn du wegkommst, kommst du weg. Wenn nicht, es tut mir sehr leid. Ich werde dir leider nicht helfen können. Der campt. Ich will es zwar irgendwie doch versuchen, deswegen laufe ich auch immer schön in die Nähe von ihm. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern das was bringt. Vor allen Dingen weiß ich nicht, was es bringt, wenn ich jetzt genau in dieselbe Ecke renne wie er. Denn dann bin ich genauso am Arsch. Ich laufe mal nach oben. Kiste habe ich hier nichts mehr drin, ne? Leider nicht. Da läuft der Geist. Er hat dich. Der hat dich sowas von jetzt. Ja, es tut mir sehr leid. Ich werde dir leider nicht helfen können. I'm really, really sorry, Dwight. Ich werde dir leider nicht helfen. Ich gehe mal kurz nach oben, um mir das einmal anzugucken, wie der Affe denn da rumläuft. Ach, er schlägt ihn auch noch. Was soll das denn? Ich sehe ihn. Ja, toll. Das ist jetzt scheiße. Was soll ich jetzt machen? Wirklich, was machen kann ich ja jetzt nicht mehr, ne? Es tut mir voll leid, Dwight. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Dwight, ich schaff's. Ja, das war's mit Dwight. Ich wollte dich eigentlich direkt heilen. Aber du wolltest ja halt nicht unbedingt. Wenn er jetzt hängt, dann laufe ich jetzt einfach hin und dann gehe ich raus. Ha, ha, ha. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Tschüss. Schön die Luke mitgenommen, es tut mir sehr leid, Dwight. Aber, naja. Man kann ja nicht alles haben. Gut, danke schön fürs Zusehen an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Dead by Daylight. Bis dann, euch neuen schönen Abend. Tschüss.